Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Community Beef. Heute mit Bell, Mantel, Simon und mir. Und Simon war gerade vor der Werbepause. Sehr gut. Deswegen nachzucke ich nochmal einen Applaus. Ich spiele es doch, weil es mir Spaß macht. Der Skill bedeutet mir doch nichts. Ihr kennt mich doch. Mit Lob kann ich nicht umgehen. Das will ich gar nicht. Lass das mal. Ich weiß schon, dass ich sehr, sehr gut war. Das kannst du da in die Kamera nochmal sagen, wenn du möchtest. Wir haben auch festgestellt, dass du auch gut warst, Budi. Du hast 10 Kills und du bist ganz schlecht. Wir müssen da jetzt nicht so oft draufschalten. Aber jetzt, wo wir das noch draufschalten, können wir es noch einmal zeigen? Da kann man nämlich genau sehen, dass Miss Muffin, Bell, wer ist denn das? Sie ist super schlecht gespielt. Sie hat sich dazu gehackt. Was ist denn da los? Das ist gemein, Bell. Ich denke, es kriegt ja alles zurück, wenn wir dann zwei gegen zwei spielen. Ja, ich glaube auch. Wie wäre denn, also jetzt nach der aktuellen Regel, müssten Bell und ich zusammenspielen? Was übrigens krass wäre, weil ich würde jetzt Bell auf jeden Fall auch weiter oben. Ey, das könnten wir machen. Ja, aber das ist zu hart. Dann lieber nochmal gucken. Ich denke, es wird Budi. Du hast E-Sport-Erfahrung. E-Sport. E-Sport. E-Sport und Shooter-Erfahrung. Aber du hast bei Halo am wenigsten Erfahrung. Ich glaube, wir werden am Ende zusammenspielen. Einfach, weil ihr beide seid beide Mittelfeld bis sehr gut. Du warst ja letztes Mal viel besser als ich bei Halo 4 zum Beispiel. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, wir spielen uns ja eher erstmal wahr. Ich will es halt nur fair machen. Ganz kurz, wir haben jetzt einen neuen Modus. Und zwar heißt der Breakout, beziehungsweise Ausbruch oder so. Oder Ausbrechen auf Deutsch. Und jetzt Vorsicht, man hat viel weniger Leben und ist viel schneller tot. Man hat nur ein Leben übrigens und hält super wenig aus. Ach du Scheiß. Okay, ich eskortiere. Ich gehe links rum. Ich werde angeschossen, ich bin tot. Ja, genau, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ne. Das war eine Granate von Rigatoni. Dein Bruder hat uns zerstört. Oder dich? Ich habe die Flagge nach Hause gemacht. Wir haben gewonnen. So, also, man muss in der Runde immer alle von einem gegnerischen Team töten. Dann gewinnt man die Runde. Und es gibt übrigens drei Teams. Warum hat denn der Werner Henning gewechselt? Der Zockerholic hat nicht gewechselt. Ja, das ist schade, weil das macht den Spieltyp wirklich kaputt. Weil das ist ja im Prinzip nur zwei Teams. Links ist einer. Links ist einer. Ja, ich bin erstmal hier. Ah, oh, zählt der nicht? Nein, ich bin gestorben. Hab ihn. Jawohl, sehr gut. Bell, hast nicht gerecht. Nicht schlecht. Bell, bleib bei mir. Bleib mit mir. Achtung, sie haben die Flagge. Wo bist du denn? Ich bin weg. Bell, du musst machen. Also, die Flagge hat eine zweite Funktion in dem Spieltyp. Normalerweise muss man die Gegner töten. Aber man kann auch die Flagge nehmen und in die gegnerische Base reintragen. Dann hat man auch gewonnen. Das heißt, es gibt beide Möglichkeiten. Aber man geht primär auf die Kills. Also, versuchen wir mal. Okay, ich hab sie. Oh, jetzt hab ich sie. Das ist ja easy. Deliver? Echt? Fünf Meter? Na gut. Ja, ein bisschen komisch, ne? Ja, das ist komisch. Wir müssen uns nochmal neu starten. Das macht mit drei Teams überhaupt keinen Sinn. Nee, weil einer startet, das Team Blau startet gerade rechts, Team Rot startet links und wir in der Mitte. Das machen keinen Sinn. Aber das ist ja fast ein bisschen verbuggt, ne? Soll ich ein Spiel verlassen machen? Ja, ja, genau. Ja, wir können es ja aber... Ich mach jetzt das selbe, aber nochmal. Ja, genau. Das selbe nochmal. Ich kann es ja nicht anders machen. Das ist ja meine Aufgabe. Ja, ja, genau. So. Normalerweise startet man im Spieltyp so ein fliegender Start. Da wird man in die Arena reinkatapultiert. Und das sieht man jetzt gerade gar nicht, weil wir halt das Team sind, was in der Mitte spawnt. Was es normalerweise gar nicht gibt. Okay, damit ist das Spiel jetzt beendet. Ja, das lag jetzt natürlich nur daran, dass wir eben, wie gesagt, verschiedene Teams hatten. Nehmen wir alles mit. Ich lade euch alle nochmal ein. Wir sind noch in einer Lobby. Bleibt genauso, wie du bist. Ach, es gibt noch eine Runde, Leute. Hä, wir müssen noch alle... Hä, warum? Bist du da rausgekommen? Ja, ich habe das Spiel verlassen. Spiel schlägt. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann lade uns bitte nochmal ein. Wir haben gewonnen, Simon. Ja, 5 zu 1. Ah, bitte trete mir nicht einfach bei. Weg. Du musst auf Einladung auch nicht stellen. Ja, warum stellt sich das immer um? Das weiß ich auch nicht. Aber jetzt stand es. So, dann stellen wir nochmal um. So. Das geht alles von der Streamzeit ab, Leute. Ihr wollt auch länger Halo sehen und nicht Menü-Gefasel. Na gut, wer jetzt einen Fehler macht, wird konsequent rausgeworfen. Man muss sich nur die Namen merken. Das ist die Schwierigkeit. Aber das können wir ja zum Glück. Dieser Regatoni, der ist mir suspekt. Ach, der war ja gegen uns. Ihr habt jetzt alle eine Einladung? Ja. Okay, wir treten alle bei. Wir haben die Benachrichtigungen alle ausgestellt. Richtig. Genau, nach oben. Hab ich schon gemacht. Aber ich hab das Gefühl, es geht relativ fix. Also ich mein, dieses Zusammensuchen finden das mittlerweile echt gut gelöst. Also in der Master Chief Collection war es ja völlig verbuggt. Ich konnte ein halbes Jahr nicht spielen mit Freunden, weil ich nicht die Lobby joinen konnte. Und jetzt geht's einfach. Und davor noch die ganzen NRT-Probleme. Genau, NRT-Probleme und auch unfaire Teams. Du hast Rank gespielt in der Ladder und dann hattest du zwei gegen fünf oder so. Oder zwei gegen sechs. Und das war ein Ranked Spiel. Das war ein offizielles Spiel. Das ist ja blöd. Und wir hatten dann massive Probleme. So, jetzt leite ich noch vier Leute ein. Ich komm irgendwie nicht in dein Spiel. Muffinbell is setting up a custom game. Du bist schon im Spiel. Du bist schon drin. Was, wirklich? Okay. Das sieht so aus wie der Multi-Evion. Wenn du jetzt mal X, dann siehst du, wer alles in deinem Fireteam ist. Nee. X? Also X meinst du? Also bei euch sind ja die Tasten gar nicht belegt. Also hier. Okay. Ah, ich seh's. Danke. Okay. Wir sind sechs. Okay, so. Jetzt spielen wir nochmal den Modus damit. Du hast mir auch so eine schöne Raketenbodenrüstung hier gemacht, oder? Die hast du, die war von dir. Ich wusste es doch. Ich hab die gesehen und dachte nur, sieht aus wie eine Raketenboden. Muss Bell gewesen sein. Ja, natürlich. Okay. Sind wirklich so. Können wir mal auf Simons Xbox schalten. Ja, genau. Also es hat so ein bisschen Racket-Bone-Style. Racket-Bone. Ja. Racket-Bee. Können wir nicht rüber schalten. Vielleicht später. Muss man nicht. Muss man nicht, ne? So. Bell ist am heftigsten, heftigsten am Einladen. Geht's an, Leute. Lippt an. Ja, das geht alles von der Zeit ab. So. Drei gegen vier bisher. Übrigens Zeit. Uhr stellen. Regie. Achso, Teams umstellen, ne? Ne, Uhr. Nein, nein, die Regie muss die Uhr neu starten. Ah, okay. So, wir sind acht. Wie seid ihr in diesen Menü denn? Bin ich denn noch nicht drin? Doch, ich bin drin, oder? Ja. Dann drück mal ein B. Back. Ja, und dann noch? Nochmal back. Ne, siehste? Geht nicht. Wie kann ich das sehen? Multiplayer-Custom? Ne. Hä? Egal, Startamt, wenn ich ja da drin bin, ist ja cool. Stopp, 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 Teams, Teams, Teams. Genau, zwei Teams, das stimmt ja alles. Team Gelb oder was kommt jetzt? Ne, 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 ne. Wir sind doch schon blau und rot. Alles cool. Ja, aber das stimmt doch nicht. Guck mal, ich würde jetzt mit Lillor spielen und mit Karuga. Ach so. Ich kann leider nicht wechseln, das heißt, ihr müsst alle in mein Team wechseln. Ja, ich kann mich auch nicht wechseln. Deswegen sind wir ja jetzt rot. Ja. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, wie komme ich jetzt in dieses Menü, wo ihr wechseln könnt? Kannst du weiter nach unten oder Friends oder so? Ich kann X drücken, dann bin ich hier im Fireteam. Oben kann man in Friends. Aber ich will ja eigentlich in den richtigen... Ich würde ja auch gerne in diese Lobby rein. Keine Ahnung. Okay, ganz kurz. Können wir trotzdem spielen oder ist das jetzt gerade ein Problem? Weil dann sollten wir uns jetzt darum kümmern. Äh, ja, der FG Raven ist... Dann teilen wir uns doch schon mal so auf. Ihr beide seid in einem Team, wir beide sind in einem Team, aufgefüllt mit Community. Das ist auch okay. Gerne. Warte, welches muss ich? Blau. Also du musst mit mir in... Ach so. Blau und... Ne. Ne, warte mal. Ich bin rot. Ein Community-Mitglied muss noch in... Jetzt... Jetzt bin ich auch rot. Ihr beide rot, ihr beide seid... Kahuga geht mal in rot. Einer muss noch rot. So, ich hoffe Kahuga... Ah, das ist natürlich jetzt das Problem. Einer muss noch rot. Delay. Delay. So. Es muss doch irgendwie möglich sein, da reinzukommen. Ich bin mir sicher, dass wir da reinkommen bringen. Welchen Button könnte man... Ja, ich weiß auch jetzt. Also ich habe auch nicht mehr viele Optionen. Ne, damit wechselt man zum Profil. Okay, einer ist rot. Jetzt würde er nicht alle wechseln. Ich starte das Spiel. Okay, wir starten. Starte. Nein, ich bin hier. Falscher Modus. Ah, genau. Das ist, glaube ich, gerade wieder die Farbe gewechselt von deinem Team. Team Map. Das ist auch wieder was Komisches. Alles richtig. Da sieht es ganz okay aus. Krabbel. Alles richtig. Du hast gerade die falsche Farbe genommen noch. Ne, wir spielen... Ist cool. Wir beide spielen... Wir spielen mit zwei aus der Community. So, Ausbruch. Die spielen mit zwei. Also gegen... Ja, es sah einfach aus. Okay, so. Also. Jetzt beginnt es. Also nur ein Leben pro Runde. Man stirbt extrem schnell. Ja. Das war's. Ja, bin ich mal gespannt. War jetzt ja gerade nicht der allergeilste Spielmodus, oder? Wo ist denn der Chat? Es ist schwierig. Also ich persönlich mag ihn nicht so. Bell magst du das Semmel gleich nochmal rüberreißen? Die Map ist ja winzig. Ja, die Map ist super klein und es gibt halt nur geradeaus im Prinzip. Du kannst nicht links, rechts oder sowas viel abweichen. Und das ist wirklich so ein Spieltyp, der ist an Paintball angelehnt, habe ich gesehen. Es gab so ein Documentary, da haben die erklärt, wie der Spieltyp entstanden ist. Und da haben die Paintball gespielt und haben sich überlegt, wie man so ein Spieltyp in Halo implementieren könnte. Ja, weil die Paintball-Maps ja auch viel kleiner sind als von sie. Genau, und es ist halt so ein bisschen noch strategischer, man muss noch besser zusammenspielen und noch besser aufpassen. Ich mag die klare Struktur des Levels, da kann man wenigstens erkennen, wo alle sind. Okay, es geht los, wir werden ins Level katapultieren. Toll. Das ist toll. Okay, catche. Capturen oder was? Ich bin rechts. Ja, los, capture. Ich bin hinter dir. Wer möchte capturen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so ein bisschen will. Es wird schon geballert. Ja, ich bin schon tot. Ja, okay, ich bin da. Ja, okay, ich versuch's hier so weit. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ja, ich versuch's. Warte, warte, ich komme, ich bin tot. Warte. Ja, dann könnt ihr kommen? Nee, ihr habt kein Leben mehr, gell? Wir sind ja gegen euch. Genau, wir beide spielen mit zwei anderen zusammen. Ja, aber dann meine, ich meine ja andere Jungs von uns. Achso, ja gut. Die sind 20, leider nur 50 Sekunden. Sie sind 30 Jahre alt. Okay, Simon, ich bin auf deiner Third-Person-View. Okay, auf jeden Fall. Oh Gott, bin ich alleine? Brauch ich jetzt Hilfe? Ich deliver gerade. OP, deliver. Nein, nein, darf nicht. I deliver. Yes. Supercratch. Das ist halt die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, obwohl ich noch gar nicht tot bin. Ich war noch nicht tot. War sehr interessant. Mich hatte jemand im Visier, hat gesehen, ich habe die Flagge. Und dann bin ich in Deckung gegangen. Und dann gucke ich wieder um die Ecke. Und dann war er weg. Also, ihr habt offensichtlich übersehen, dass ich... Du warst das? Ja, ich habe auf dich geschossen. Und dann wurde er aber angeschossen. Wurde nichts weg. Ja, aber ich habe doch nur eine Pistole gehabt. Ja, bei der Flagge hast du nur Piu-Piu. Wir haben alle noch Pistolen. So, okay. Also, Bell, wir müssen uns mal besser kommen. Ja. Okay, Leute, lasst euch einfach nur nicht umgehen. Ich renne jetzt hier um. Simon, ich bin wieder rechts. Hast du die... Simon, wo bist du? Nee. Ich laufe straight zur Mitte. Okay, ich decke rechts die Decke ab. Ich meine, ich laufe straight an der... An allem vorbei. Ich bin schon wieder drin. Ja, ich nimm mal da die Granate. Leute, Hilfe wäre nicht schlecht. Ich laufe hier rum. Ja, ich bin hinter dir. Oh Gott, ich komme nicht hoch. Die sind auf der linken Seite. Simon, sie sind auf der linken Seite. Wollen wir links rum oder rechts? Einfach, Udi? Nee, ich bin noch da. Granate. Aua, ich muss aufpassen. Ich muss kurz auf den Schild warten. Oh Mann, Udi. Warte, da kommt einer um die Ecke. Ja. Kontakt, Bell ist da. Ah, shit. Ich bin toll. Ich komme nicht... Ich komme nicht rum. Aua, aua, aua. Ich werde angeschossen. Muss weg. Wie viele Leben noch? Von euch leben noch zwei. Ja, ich bin nämlich hier mit... Udi, bist du noch dauernd? Ja, ich bin links beim Flaggenträger. Ja, ich bin der Flaggenträger. Vorsicht, Udi. Hab ihn, hab ihn. Ich habe einen. Von rechts wurde geschossen. Ich bin tot. Ich bin tot. Hinter dir. Hinter dir kommt einer. Du möchtest es nicht machen. Lauf langsamer. Ich kann ich noch nichts für. Ich sage es ja nur. Der mit der Flagge läuft natürlich immer sehr langsam. Okay, er macht, dann muss er aufpassen. Das ist spannend. Also, man steht bei einer Granate sofort. Deswegen super gefährlich. Ich habe eine Idee. Pass auf. Ich werfe jetzt schon Granaten. Pass auf. Oh, scheiße. Es ist abgeprallt. Nicht immer gleich durch die Mitte. Ja, ich versuche die DMR zu holen. Man hat auch nur eine Granate. Tatsache. Achtung. Sehr gut, Simon. Ich will nicht sterben. Kontakt direkt. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin tot. In der Mitte. Wenn ich nämlich laufen würde einfach und ihr mit Deckung geht, könnt ihr einfach straight vorbei. Ich habe es ja versucht. Ich bin halt draufgegangen. Ich bin genau... Meinst du mir so als allgemeine Manöverkritik? Ich kann es nur zwei gegen eins. Zwei gegen eins. Ihr seid doch zweit. Spielt zusammen. Spielt zusammen. Dann habt ihr... Ja, wo ist der? Willst du vielleicht die... Oder will jemand anders die... Ich versuche mal die Flagge zu holen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir gehen rechts lang. Schiechecheche. Mach ich doch. Oh mein Gott. Oh Gott. Wo ist er denn? Ah, ah, zwei. Ah, unfair. Wir haben noch gewonnen. Schön. Okay. Also da sieht man hier, wer jede Runde gewinnt. Ich glaube, es ist best of five. Ja, Budi und ich sind blau und ihr seid rot. Ja. Das geht aber irgendwie bis zu neun oder acht oder so. Ja, es ist best of five. Also wer die ersten fünf Maps für sich entscheidet. Okay. Ich bin da. Da holst du die Flagge. Ja. Kontakt von rechts gerade. Von rechts und von links. Hab sie. Die sind in der Mitte. Ist sie jemand? Okay. Eigentlich müssen wir uns alle, die anderen, die nicht die Flagge haben, jemanden suchen und auf den ballern, dass der beschäftigt ist. Aber ich bin übrigens tot. Ich habe es nicht geschafft. Nein. Aber Budi. Boah, ich habe getradet. Warte. Das ist irgendwie, wo bist du? Die Flagge. Die Flagge. Nein. Die Flagge. Die Flagge. Ja, 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 ja. Ninja Style. Aber da war ja keine Anzeige, dass man die da abgeben soll. Nein, ich bin einfach hingerannt und habe einfach gedrückt gehalten. Ihr müsst die Flagge zu uns bringen und wir müssen sie zu euch bringen. Oh Mann. Verdammt. Wie kann man die Flagge? Und wir daschen uns da vorne. Kontakt schon. Wird schon geballert. Aua. Aua, Aua, Aua. Granate abgekriegt. Oh, dieses Ballern hier von hinten drauf. Hier merkst du das? Einer in der Mitte oben, einer links an der rechts. Das habe ich gesehen. Ich gehe auf rechts. Oh shit, shit. Einer irgendwas von oben. Oben rechts. Ich bin weg. Scheiße. Unten in der Mitte ist einer schwach. Shit. Sieht nicht gut aus. Wir haben übrigens natürlich noch zwei Leute, den Limp. Einer in der Huga. 91 im Team. Ah, tot. Jetzt, äh, kein mehr. Also wir gehen einfach auf die Kills. Was ist das? Ein neuer Rocket League Shooter schreibt Superbus. Dr. Superbus. Ja, hat ein bisschen was davon. Ja, ist halt super auf Arcade gesetzt. Macht natürlich trotzdem aber auch Spaß. Also es gibt, glaube ich, schon drei Maps in dem Stil. Ja. Drei Maps hierfür. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, im Dezember kommt dann Forge raus. Hey Leute, jetzt habe ich mal aufgefallen. Wenn ihr springt, landet ihr viel langsamer. Wenn ihr dabei aimt, ja, ja, und schießt. Könnte sein, ja. Ist so, ganz sicher. Okay, ich bin gerade, ich bin... Okay, wunderbar. Achtung, von hinten. Die kommt von hinten. Wer ist denn da noch? Mann. Der hat uns gerade alle, der hat drei Leute erledigt. Das ist doch ein absoluter Fehlschlag. Scheiße. Wie kam der denn so schnell dahinten? Der hat geradeaus durchgerannt oder was? Ich weiß nicht, wie er von hinten kam, aber war sehr geschickt. Aje, ey. Ja, verloren, oder? Drei eins jetzt schon. Ja. Das war es schon. Ne, ne, ne. Besser frei. Wer die ersten fünf Maps holt. Ah, okay. Letzte Chance für uns. Wenn ihr jetzt verliert, dann ist es vorbei. Matchpoints halt, ne? Genau. Wir hatten noch die Schöne. Okay, ich gehe wieder auf die Dicks, ne? Ja, das kann natürlich nicht geklappt. So, was ich mir überlegt hatte. Ich gehe wieder auf die... Okay, rechts läuft einer. Wir müssen, glaube ich, die Leute erst mal erledigen. Lass mal die Flagge vielleicht erst mal landen. Und killt die Leute, oder? Unsere letzte Chance. Ja, die haben... Achtung, rechts. Oh, ich bin schon wieder thront. Du, die rechts von dir, ja? Ja, ich sehe ihn. Ah. Ich kriege auch gerade einen Dampf. Oh, Mann, ey. Links, Mitte, rechts. Da sind sie, wie immer. Ich versuche, hinter den Weg zu kommen. Auch noch von hinten. Mann, ey. Oh. Oh. Alter, schnell auf den Sack gekriegt. Wir sind alle verreckt. Wir haben nicht einen verloren. Was machen wir denn falsch? Wie gesagt, der Spieltub ist echt hardcore. Nochmal weiter. Geht ja direkt weiter, oder? Ja, bevor wir nochmal laden, lass ihn doch noch mal. Kannst direkt nochmal starten einfach, ja. Okay. Das geht schon. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Das klappt nicht gut. Mitgestaltet, superschnell. Ja. Da, hier, ne? Vier, Kui wie vier. Wird bestimmt so ausgeschrieben. Three, äh, drei zu eins ist schon verloren. Nee, best of five, noch alles drin. Stimmt irgendwie nicht. Best of five ist, wer die meisten von fünf gewonnen hat. Also wer, weißt du? Richtig, genau. Best of five wäre, wer die ersten drei gewinnt. Genau. Wenn man fünf gewinnen muss, ist es best of... Seven? Könnte auch nein sein, weil du fünf gewinnt vier. Vier ist das. Ja, siehst du? Du hast recht. Oder irgendjemand, der Chat hat recht. Der Chat hat, wie immer, recht. Wie immer, ja. Wie immer, genau. Ja, ansonsten schreiben sie, ist alles sehr gut, was wir machen. Ja, sehr gut. Wenig Kappas heute. Die Kappadichte heute ist erstaunlich. Das wäre, weißt du, wir sind doch, wir sind doch ein Twitch. Ja, so ein Kappometer geben an der Seite, dann so 5000 Kappas, kritischer Level. Ich, äh, äh, achso, lädst du schon, oder? Ja, das Spiel wird gestartet. Spiel wird gestartet. Ja, hoffentlich bleiben die Servers stabil, ne? Aber bisher läuft ja eigentlich alles ganz, ganz guter. Ja, also wenn das Netzwerk angeht, bin ich sehr zufrieden. Das ist ja auch ein Novum. Normalerweise, Mutter, mit der MCC haben sie versprochen, dass es nur delikate Server geben wird für die, äh, fürs Matchmaking, ist aber nicht passiert. Es war immer noch Peer-to-Peer. Und, äh, jetzt ist alles mit dedicated Servern und es läuft alles sehr gut. Bis jetzt gerade eben, äh, dieses Spiel her. Ja, wunderbar, da hat die Master Chief Collection ja dann doch irgendwas gebracht, letzten Endes. Ja, also sie hatten, die Master Chief Collection, die Master Chief Collection war im Prinzip ein sehr langer Beta-Test für Halo 5. Aber wir sind noch im Team. Ja, wir sind noch alle drin. Okay. Aber ich kann nichts machen. Was heißt, du kannst nichts machen? Drück einmal B. Okay, dann geben wir eigenes Spiel. Das ist vielleicht einer von uns. Ach, ich bin vielleicht Team. Oh, jetzt guck mal. Darf ich starten? Ja. Ne, ich komme nicht auf Start. Darf ich die Map aussuchen? Das läuft ja echt gut, ne? Ja, genau so. Gerade eigentlich läuft alles ganz gut und dann läuft es nicht mehr. Ja, Belli, jetzt kannst du doch auf Starten, oder? Ne, ich kann mir nicht. Kappa-Dichte-Pro-Chatt-Bewohner wurde um 9000 gesteigert. Es war klar, ne? Ich habe Kappa angesprochen und jetzt fliegen ziemlich viele Kappas hier rein. Ja. Das ist nur so am Rande. Wer ist so ein Spielleiter da? Also, ich kann hier nur in diesem Menü. Bin ich doof? Hm. Ist das vielleicht ein Fehler? Möglicherweise. In dem Fall ein Fehler. Also generell, das macht man ja auch so, schiebt man einfach alles auf die Dedicated-Server. Ne, im Zweifel. Die Entwickler schuld, ne? Ja. Ja, ich würde auch mal sagen, wir schließen alle mal die Master Chief Collection, weil ich das schon so oft gesagt habe, weil die immer sich aufhängt. Aber Halo 5? Ja, wirklich doof. Da loben wir es gerade in dem Moment. Stürzt es ab. Gut. Ist nicht so schlimm. Vielleicht hat der irgendwo eine Kinect an und die hat es abgehört. Und dann haben die einfach gesagt... Nein, das glaube ich nicht. Das ist total... Oder uns hat jemand gehackt. Meinst du dann? Nein. Guck mal, Simon sieht super aus. Glaub, ihm geht es gut. Dem Spielen, ne? Ne, das stimmt. Er sieht super aus, wie er da gestorben ist. Kuchen, Kaspar, Käse, Lauch, Suppe. Beste. Liest du jetzt einfach nur nichts vor? Aber Käse, Lauch, Suppe. Ne, das war von Huckmet. Hat er uns geschrieben. Huckmet hat geschrieben, Kuchen, Kaspar, Käse, Lauch, Suppe, Beste. Oh, nochmal einladen. Ja, so ist das, ne? Weiter geht's. Da lädt die Band uns ein. Ja, super. Okay, ich geh auch schon mal rein. Dear Scupertise, this is German. Yes. Wie verlasse ich ein Fireteam? Ich nehme mal deine Einladung an, dann bin ich aber die andere einfach dran. Ja, übrigens, was auch interessant ist, für Halo 5 hat John Menke, wenn ich den Namen richtig ausspreche, das Ladder-System entworfen. Und das ist derselbe Mann, der das auch für StarCraft gemacht hat. Und das bedeutet, das Ranking, was es hier gibt in der Ranked Ladder, ist sehr ähnlich wie das von StarCraft. Aber, ja, mal gucken halt, ne? Also, die lassen sich ja nicht in die Tasche gucken, was ja auch okay ist, ne? Ja, das stimmt. Aber was man tatsächlich sagen kann, und das ist ohne groß Fanboy-Tum dahinter, StarCraft hat wahrscheinlich das mit ausbattelt, dooferste, ditzte Ranking-System, was man hat, Matchmaking-System. Das sehe ich genauso. Also die Ränge hier in Halo 5 beginnen auch bei Bronze, gehen dann Silber, Gold, Platin, Diamant, und dann die letzten zwei, die normalerweise bei StarCraft Master und Grandmaster sind, heißen hier Onyx und Champion. Ja, auch nicht schlecht. Hier, jetzt können wir übrigens alle wieder Teams einstellen. Wollen wir dieses Spiel nochmal, wir vier zusammenspielen? Wäre doch mal nett, oder? Ja. Okay, wir machen Rot. Rot? Gut. Gut. Und Mantle, du musst Rot machen, genau. Yes, bin ich. Dann fordern wir natürlich noch die beiden anderen Kollegen auf Jaik186 und Kane Patrick auf blau zu wechseln, bitte. Das wäre schön. Dann warten wir gerade noch ein bisschen, wegen The Delay. Und dann... Ah, jetzt tritt noch jemand bei. Okay, ist nicht... Nee. Nee. Es sieht fast gut aus, eine... Ja, eine... Nee, Jaik und... Komm, 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 Jaik, Jaik. Ah, nee, es sind mehrere, gell? Jaik und Kane Patrick, kann das sein. Jetzt ist fast richtig, einer muss raus, ein roter Jaik muss einmal leider rausgeworfen werden. Was? Jack? Ein Faner Jaik? Es tut das Leid, Jaik, wirklich, aber du bist leider einer zu viel. Fünf sind einer zu viel. Jetzt geht's. Sind wir auf Jaik186? Ja, ist correct. Dann starten. Yes. Hast du für eine Web genommen, eine andere? Ja. Okay, ist okay, cool. So. Altitude. Also, wir jetzt alle zusammen. Mal sehen. Ich bin ein bisschen gespannt, ne? Also, vom... Klar, das ist was schnelles, was quick and dirty ist, was sehr viel Spaß macht. Warzone hat tatsächlich bisher so ein bisschen am meisten Spaß gemacht, weil es ist halt sehr Battlefield-like, ne? Die Creeps sind halt neu. Da weiß ich nicht, was es da für Taktiken geben kann, sag ich mal. Also, wenn man... Die Punkte, die man dafür kriegt, müsste man mal abwiegen. Ob es lohnt, habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Aber ich nehme an, es lohnt sich schon, wenn man es macht, ja. Mit Sicherheit. Die einen haben uns ja gut überrollt auch, was Geschwindigkeit angeht. Ja, das war krass. Im zweiten Spiel haben wir ja ganz schön... Und ich denke, das liegt auch ein bisschen an Creeps, die sie halt erledigt haben. Genau, gerade die Bosse sollen ja sehr viele Punkte geben und wenn man da gezielt drauf geht, dann hat man einen sehr starken Vorsprung am Anfang und dann den aufzuholen, das wird halt schwer. Kann sein, dass es wirklich eigentlich so gedacht ist, dass man von Anfang an um die Creeps kämpft. Kann das sein. So, Leute, jetzt sind wir alle... Okay, Leute, versuchen wir mal nicht zu weit nach vorne zu rennen. Okay, nicht zu weit nach vorne. Gut, dann bleib ich hier. Ich bin auf der linken Seite. Ich check mal, ob der... Link ist okay, ich bin auch links dann. Lass mal warten, Leute, die haben die. Mitte, Mitte, Flag. Was ist jetzt los? Die haben die Flag. Flag ist weg. Flag ist weg. Habt die Flag. Ja, das ist nicht so schlimm. Flag ist wieder da. Okay, okay, okay. Okay, Kontakt in der Mitte. Flag ist hier unten. Oder liegt hier unten. Von der Seite kommen welche rein. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ich dachte, die geht zurück. Ah, auch von der anderen Seite. Warum liegt die denn jetzt hier rum? Okay, Vorsicht, Vorsicht. Wie viele sind wir noch? Wer lebt? Ich lebe noch. Ich spring nicht rein. Die kommen doch von zwei Seiten. Einen hab ich. Scheiße. Eins gegen zwei. Nee, hab ich nicht. Oh, Fuddy, Fuddy, Fuddy. Genau, Fuddy. Ja. Möntel! Was machst du denn? Alter hat er ein Rocket? Was war denn das für eine Waffe? Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Sehr schön. Pfade zurückgesetzt. Gott, ich hab Angst. Werdet eins gegen eins jetzt noch. Okay, lass ihn holen. Wo ist er? Sag mir, wo er ist. Der Python-Hacker. Du hast jetzt aber die schlechte Waffe. Geradeaus durch, geradeaus durch. Geradeaus durch ist er. Los, 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 los. Nein! Warum? Ich bin so schlecht. Der Python-Hacker. Das war echt spannend. Das war nicht gut. Schön. Spannend. Ich frag mich, ob sie so die kleinen lustigen Fun-Maps wieder reinbringen. Aber wahrscheinlich werden sie es, ne? Spätestens, wenn man die selber bauen kann. Ja, das waren die Forge-Maps hauptsächlich. Genau. Autsch. Die Forge kommen aber erst noch. Genau, im Dezember. Ah! Mann! Ich rotze da rein wie ein Bekloppter. Ich find auch weg. Die schießen dreimal durch meine Schüsse und töten mich. Lebst du noch? Was stimmt denn hier nicht? Komm zurück, komm zurück. Sie sind an der Flagge. Okay, Mantel. Die sollen an die Flagge gehen. Bell. Oh, oh, Bell, Bell. Ich hab mich erwischt, aber... Bell, hinter dir! Ja, Mann! Ich hab geschlagen! Ich hab geschlagen! Dammit! Ja, aber es war schön. Es war schön los. Okay, okay. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Okay, wir dürfen vielleicht gar nicht in die Mitte rennen, sondern wir nehmen alle die Pistole raus und warten bis sie in die Mitte laufen und schießen einfach alle gleichzeitig. Okay, ich decke linke Seite. Okay, ich hol nur die Battle Rifle und dann komm ich wieder zurück. Ich bin auf der linken Seite. Oh, hier ist einer. Wo ist hier? Einen hab ich. Einer kommt rechts. Ich bin links, passt auf links auf. Ich bin hinten. Bell, du bleibst da. Ich geh zu Simon rüber, weil er gesagt hat, da war einer. Auf der rechten Seite ist einer. Ich hab einen, ich hab einen. Gut, Mantel. Vorsicht, hier ist noch einer. Links ist immer noch nichts. Ihr habt noch Granaten, ne? Also wenn ihr die... Ja, aber hier ist keiner. Ich werfe mal eine Granate in die Mitte. Okay. Ich hab mir das Battle Rifle. Ah, ich hab einen gesehen. Ah! Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Snicky, Snicky, Snicky. Den hab ich, Budi. Ich hab den Budi. Ey. Ihr habt's auch gesehen. Ich hab den Kopf gerotzt. Doppelkill. Sehr schön. Hast du gerade alle vier weggerotzt? Ja, das könnte sein. Aber das liegt auch an der Waffe. Ich hab die Battle Rifle geholt. Die ist super. Die liegt rechts oben, oder? Die könnte ich auch holen, wenn ihr wollt. Die sind da mehrere? Hast du nur eine? Die gibt's leider nur einmal. Aber wenn ihr die haben wollt, holt ihr euch durch. Ich geh wieder erst auf die linken Seite. Genau. Hol sie dir mal. Ich hab das Gefühl, du hast das gut gemacht. Na gut, ich nehm sie mal. Mal gucken. Geht ja um den Spaß. Außerdem warst du im letzten Spiel besser als ich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Kontakt. Aua, aua. Links, links. Links. Links vor einer. Ich komm mit links. Dauer da mal ein bisschen. Alles gut. Ah, okay. Werd angeballert. Links unten, links unten. Links unten. Links unten. Links unten. Woher? Da. Okay, der da ist down, der ist down. Da ist noch einer. Links oben. Da war noch einer. Links ist keiner. Links ist frei. Ah, 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 ah. Ich hab keine. Ah, es sind auch noch zwei. Da ist noch einer. Okay, okay. Oh Mann, ich hab irgendwie gedacht, da ist ja noch einer. Ich bin leider gestorben, weil es wurde in den Rücken geschossen. Ins linke Knie haben wir geschossen. Ja, ich find's spannend, aber ich mag die Modi nicht so. Wo man so schnell stirbt. Das war schon im letzten Teil so, dass mich das irgendwie. Und auch bei drei. Ich geh nach links unten, ja. Achtung Leute, ich mach mal was anderes. Ich bin hinter dir. Gehen die scheiß Flagge jetzt einfach. Sehr gut. Achtung, links vorbei. Ich komm zu euch. Kontakt. Zack, zack, zack. Unten in der Mitte, unten in der Mitte, aber mit ner Friesenwaffe. Da ist einer. Vorsicht Simon, da ist einer. Genau links hinter dir ist einer. Hier drinnen? Ja. Vorsicht Granate. Ah, du hast mich getroffen. Sorry. Ah, ich bin auch dort. Nice, Simon. Schön mal gekommen. Kann jemand mal vorne hier reingehen für mich? Warte mal. Mäntl! Mäntl! Du lässt mich hier alleine mit der scheiß Flagge und dem Mann. Ich hab ihn getötet und du auch. Wir haben ihn zerstört. Ich hab mich übrigens freigegehlt. Von der Seite, von der Seite, von der Seite. Das heißt von der Seite weiß ich nicht. Ja, da rein, da rein. Ich hab Angst. Links, links ist er reingeputscht. Das ist rechts. Der ist jetzt eh nicht mehr da. Laufen. Kann er eigentlich sehen, wo die Flagge ist? Nee, ne? Ich hab die Flagge in der Hand. Nein, warte. Wo? Nee, nee. Früher konnte man's. Du musst dich aber zu denen bringen, nicht zu uns. Ich bin doch auf dem Weg. Du läufst aber zu uns. Deliver. Da steht delivern. Ich werd delivern. Jawoll! Simon, ey. Simon, das war richtig gut. Ey, das war wirklich nur, weil ihr alles weggeschossen habt. Oh, krass. Wir haben einfach vier Runden dieselbe Taktik angetäuscht und der fünften. So, und jetzt? Sollen wir noch mal machen? Sollen wir rushen? Aber es ist gefährlich. Okay, dann rushen. Rushen, rushen, rushen. Alle drauf, alle drauf. Okay, okay. Warte, ich hol grad die Battle Royale. Vorsicht. Ich geh danach wieder runter. Achtung, ich geh jetzt runter. Ich geh rechts rum. Oh, ich bin gestorben. Oh, shit, das wird nix. Zeigstück sind auf meiner Seite. Ich bin noch in der Mitte oben. Ich baller auch in der Mitte. Ich lenk sie ein bisschen ab, Simon. Ich zieh, äh... Oh, was ist die denn? In der Mitte? Oh, shit, an der Seite oben. Wirklich. Um links, Simon. In der Mitte, links. Ich war rechts. Ah, okay, okay. Nehmen am Ende. Also, wir können sie anders machen, aber dann muss ich anders die Flagge nehmen, weil es bringt nichts, wenn ich sage, okay, ich hab sie, ich geh rechts runter, oder ihr geht links. Okay, okay, aber willst du die Flagge jetzt direkt holen? Mir ist es egal, ich muss sie nicht holen. Rushen hat nicht so gut funktioniert, Leute. Lass uns eine Taktik nur verfolgen auch. Das war keine gute Taktik. Also, sie hat eben geklappt und sie hätte jetzt auch geklappt. Ich war alleine. Also, ein paar von denen müssen wir erst mal killen und dann können wir die Flagge holen, meiner Meinung nach. Weil wenn alle leben, dann ist es super schwer mit der Flagge da durchzukommen. Linke, linke Seite. Achtung. Bell. Auf der rechten ist auch einer. Auf der rechten Lane. Ganz links oder Mitte? Mitte, links. Oh, Vorsicht. Oh, ich traf den nicht. Okay. Ähm. Wie weit seid ihr hier vorne? Ich bin gerade hinten vorne. Oh, zwei sind vorne, das war ein Fehler von mir. Okay, okay. Ich dachte, da war erst nur einer. Und dann waren zwei da. Oh, da, 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 da. Den hab ich, den hab ich, einen hab ich. Ja. Vorne sind zwei, also waren sie eben noch. Vorsicht, Vorsicht, da sind sie, genau. Mäntel, Achtung. Ah, von rechts hinten, von hinten, Mäntel. Von hinten kommt einer. Von hier? Von hinten, ja genau. Hinter dir, direkt hinter dir, Mann. Wie? Direkt hinter mir, was meinst du? Da war einer. Ja, in der Säule. Ich renne erst mal weg, ich renne erst mal weg. Ich muss weg, ich muss weg. Ich kann mal... Geht nur noch ich, oder was? Ja, gegen zwei. Okay, sag mir, wenn irgendjemand... Ach du! Da, 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 da. Einen hab ich. Baller ihn weg. Ach, da ist noch einer. Hol jetzt die Flagge! Hol die... Da ist er, da war er, da war er. Wenn du jetzt die Flagge holst, kriegt er dich nicht mehr. Töten, töten. Einfach töten. Jawoll! Oh Gott! Aber es ist ein bisschen komisch, weil die Flagge ist wirklich sinnlos eigentlich. Ja, die sind ja nur da, wenn einer sich versteckt und dann das andere Team hat noch drei Typen und dann sagen, ja, holen wir die Flagge halt. Das war halt ein super krasser Move, dass du das einfach gecappt hast in der einen... Ich glaub, aber es klappt nochmal. Sag mir einfach, welche Lane ihr lauft. Ich bin in der Mitte und Baller jetzt. Ich bin links in der Mitte. Mitte ist aber scheiße. Oh, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Simon, ich hopf zu dir. Ich lauf dir hinterher. Links ist ein Sniper. Ich geh rechts. Vorsicht. Ich bin runtergefallen. Okay. Ich bin runtergefallen. Ich komm wieder hoch. Ich nehme an, ich bin alleine. Ja, ich bin runtergefallen. Oh shit. Lauf dir. Oh Gott, ich werd hier hin wie so eine Kugel. Wo bist du denn? Simon, nicht. Ja, das bringt doch nichts, okay. Oh Mann. Mhm. Ich hab den auch noch hingebracht. Oh, ich hab keine Granate. Achtung, drei mittig. Oh, einer von hinten. Okay, vier Leute. Rudi. Mal gucken. Oh ja. Rudi. Du hast noch Granaten. Achtung, weg, weg, weg. Ah. Okay, aber allein hatten wir auch noch keine Chance. Scheiße. Das geht. Okay. Wir haben nicht einen Track gemacht. Nicht einen einzigen. Die kastische Abstimmung bei uns ist noch nicht ganz ausgleichbar. Ja, nicht ganz perfekt. Aber wir haben es versucht. Ja, ist aber auch. War doch schön. Der Mantel, der hat abgeräumt mit elf Kills. Aber richtig, ey. Aber richtig. Gegen Python Hacker. Python Hacker. Andere Map oder anderer Modus? Anderer Modus. Ich würd gerne anderen Modus spielen. Ich mag den nicht. Ich find den nicht geil. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil ich würd ja sagen, wir bewegen uns so langsam in Richtung... Halbe Stunde. Oh, ich schau mal. Zwei gegen zwei, oder? Okay. Ja, das stimmt. Wir brauchen ja auch noch eine gewisse Zeit für zwei gegen zwei. Halbe Stunde haben wir noch, ja. Halbe Stunde. Wir können sagen, die Regie kann kurz mal eine Ansage machen, weil die Uhr geht seit geraumer Zeit nicht. Sind wir mittlerweile wieder in werberelevanten Regionen oder sollen wir noch eine Runde spielen? Hm. Alter. Gut. Da kommt keine Antwort. Werbung, doch. Dann machen wir kurz Werbung. Danach geht's weiter mit, wer spielt jetzt gegen wen, ne? Was machen wir jetzt? Schnicks nach Schnuck. Ich weiß es nicht. Schwierig. Wir finden den Weg. Genau, wir finden den Weg. Die Natur findet einen Weg. Wir machen es so. Wir machen ein Spiel, jeder gegen jeden. Dann der erste. Aber wie stelle ich das ein? Das werden wir in der Werbung rausfinden. Okay. Alles klar. Gut, bis gleich.